Oh, seitdem ich diese Rewatch habe, lässt es in meinem Leben alles gut. Und jetzt fragen Sie sich, wie starken Sie sich so Lebensrisiken auf dieser gefährlichen Hohenschau? Tja, das liegt ganz einfach dran. Mit dieser Rewatch kann ich jederzeit die Zeit zurückstellen. Das ist nämlich auch das Besondere an dieser Uhr. Also, passen Sie sofort die Rewatch. Was? Nee, wir sind ja doch nicht in der Mitte. Warum soll ich das sagen? Ich glaube, das war falsch. Ich stelle immer noch meine Zeit zurück. Die muss ich mir kaufen. Ich wollte schon immer mal rausfinden, was nach dem Tod passiert. Mit dieser Uhr kann das endlich funktionieren. Wuhu! Endlich habe ich diese Uhr. Zwei Wochen musste ich warten. So, jetzt muss ich doch irgendwie überlegen, wie ich sterben kann, sonst kann ich ja nicht rausfinden, was danach passiert. Ähm, Milch ist... Gift. Das ist... So, jetzt erstmal die Milch in das Glas. So, und dann glaube ich, dass ich jetzt an der Uhr einfach nur irgendeinen Knopf drücken muss. Genau, den hier an der Seite. Und dann komme ich, wenn ich nochmal drauf drücke, genau an diesen Zeitpunkt zurück. Okay. Ich drücke den Knopf. Und jetzt tue ich es. Ernsthaft? Gar nichts? Das ist ja lame. So, dann versuchen wir es einfach nochmal. Willkommen, mein Freund. Die Himmelsvorte steht dir offen. Hä, aber ich habe doch Selbstmord begangen. Da kommt man doch eigentlich in die Hölle. It's a prank. Natürlich kommst du in die Hölle. Ein Glück. Die Sonneneinstrahlung im Himmel ist nämlich so hoch, dass man in Sekunden schneller erblinden kann. Na dann tschau und viel Spaß drauf. Tschau. Pfff, grüß. Ja nicht. Gott, ich bin der Satan. Tarzan, wie bist du denn hierher gekommen? Nicht Tarzan. Satan. Ja sag ich doch. Tarzan. Satan. Tarzan. 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 Da ist schon wieder ein Zahn aus meiner Sammlung ausgebrochen. Mach du es dir schonmal gemütlich. Ich muss ihn einfangen. OMG. Ich habe den echten Tarzan getroffen. Jetzt kann ich zufrieden zurückreisen. Okay, das war jetzt schonmal echt schräg. Mal sehen, was jetzt passiert. Ja, und so schnell kann es gehen, wenn jeder den anderen nur als Konkurrenten sieht. Hä? Warum bin ich jetzt nur Robbe? Und wo laufen denn die anderen alle hin? Wenn Robben hinter Robben Robben. Ja dann Robben viele Robben. Andern Robben einfach hinterher. Jetzt hab ich dich. Auch das Leben als Robben wegen scheint ja nicht gerade lang zu sein. Als wenn man nach seinem Tod eine Webseite ist. Das ist jetzt wirklich sehr weit hergeholt. Obwohl YouTube. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Hahaha. Puh. Okay, doch. Ist es. Ah, Hilfe Axel Foss. Ich beende das hier lieber schnell. Puh. Es passieren aber ganz schön schreckliche Dinge auf diesem kleinen Regen. Hier möchte ich nicht wieder geboren werden. Puh. 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 Zurück zu einem neuen Regenraum. Was geht ab? Ich bin wieder euer Logan Paul. Und nachdem ich schon eine Leiche gefilmt hab, muss ich jetzt auch mal eine richtig schön schneiden. Und schneiden. Puh. Wie die Leiche da drin wohl aussehen wird, das wollte ich schon immer mal. Oh. Viel zu hässlich. Muss man direkt gleich hier mal ordentlich anmalen. Puh. Hoffentlich sehe ich jetzt wieder normal aus. Ein Glück. So. Einen letzten Versuch muss es noch geben. Nee. Sorry, aber irgendwann kann man den Typen mal unterreden. Er trinkt jedes Mal diese Dumme mit. Wie soll ich das denn mit erweinern? Ich hab ihn jetzt oft genug wiederbelebt. Puh. An der Stelle beenden wir das Video, Leute. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wie ich hier komplett verkackter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ich mich wieder abgeregt habe. Puh. Leute, ich hab jetzt bestimmt 15 Stunden Arbeit in dieses Video. Also Schnitt und Aufnahme gesetzt. Setzt man Arbeit? Gesteckt ist das richtige Wort. Jo, das war schon ganz schön viel Aufwand. Deshalb hab ich jetzt auch vier Wochen lang kein Video auf meinem Kanal gebracht. Wenn nicht sogar mehr. Nee, ich glaub es waren wirklich vier. Ihr seht's auch, ich war seit dem Dreh noch mal beim Friseur, weil ich einfach so lange da dran geschnitten hab. So, und jetzt möchte ich zum Schluss noch mal was sagen, was auch teilweise schon am Anfang vor dem Video in diesem kleinen Text geschrieben stand. Also das Ganze war ein Schulprojekt für Ethik. Und unsere Lehrerin hat uns gesagt, wir sollen ein Werk über den Tod finden, in dem er nicht unbedingt so negativ dargestellt wird. Zum Beispiel auch Comedy. Und sie hat gesagt, wir können auch selbst kreativ werden. Da hab ich mich ja zuerst gefragt, so Comedy über den Tod, ist das nicht so ein bisschen geschmacklos? Also hab ich so ein bisschen recherchiert, hab so ein bisschen geschaut und hab so gemerkt, es gibt so eine Grenze, ab der die Comedy über den Tod geschmacklos wird. Aber das ist schon ziemlich schwer, die zu erreichen. Ich hab dann selbst mal den Versuch gewagt, den ihr jetzt gerade gesehen habt, auch mal ein bisschen Comedy über den Tod zu machen. Was ja dann am Ende eigentlich gar nicht so direkt über den Tod war. Also das, worüber ich mich in diesem Video lustig gemacht hab, war ja nicht die Tatsache, dass ein Mensch stirbt. Und das war auch nicht der Tod eines bestimmten Menschen. Also es ging nicht um das Sterben, sondern es ging wirklich direkt um den Tod, beziehungsweise um das Leben, was nach dem Tod kommt. Es gibt auch Comedy-Kanäle auf YouTube. Zum Beispiel der Tod, der ist auch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Die machen sich zum Beispiel über den Tod in Person lustig. Also geben sie diesem Tod sozusagen ein Gesicht, beziehungsweise kein Gesicht, haben immer eine Maske auf. Und diese Art von Lustigmachen von Comedy über den Tod finde ich absolut okay, weil es verletzt meiner Meinung nach niemanden. Klar kann sich jemand dadurch persönlich angegriffen fühlen oder es können bestimmte Gefühle wieder austreten aufgrund von Ereignissen in der Vergangenheit, die Menschen beschäftigen. Deshalb habe ich auch zu Beginn nochmal ausdrücklich in diesem Text geschrieben, dass Leute, die so ein Erlebnis hatten, die vor kurzem erst was mit dem Tod zu tun hatten, dieses Video lieber nicht schauen sollten. Aber allein schon aufgrund der Tatsache, dass das Sterben in dieser Death Comedy nur so eine Randinformation ist, finde ich sowas absolut legitim. Was natürlich überhaupt nicht geht, was man auch bestenfalls niemals machen sollte, auch nicht in seinem Umfeld, wenn man es gewohnt ist, sind Witze über den Tod einzelner Personen oder Witze über das Sterben. Also ab der Stelle, wo eine Person ausdrücklich angegriffen wird durch so einen Witz, ist für mich die Grenze. Ab genau dieser Stelle geht es wirklich zu weit. Also nochmal kleines Fazit, Witze über den Tod, Witze über das Leben nach dem Tod, über den Tod als Tatsache oder über den Tod in Person absolut in Ordnung. Aber Witze über das Sterben und Witze vor allem über das Sterben einzelner Personen gehen absolut zu weit und sind meiner Meinung nach nicht zu tolerieren. So, dann würde ich sagen, habe ich noch eine kleine Message in diesem Video verpackt. Dann hoffe ich, dass ihr meine großen Mühen für dieses Video belohnt mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, das geht auch hier direkt, wenn ihr auf dieses Profilbild von mir klickt. Aktiviert dann natürlich auch gleich die Glocke und dann sehen wir uns in hoffentlich weniger als vier Wochen wieder auf diesem Kanal.